Moin Moin! Hallo und herzlich willkommen zu BauFix24 Wissensvideos. In diesen Videos geht es um folgende Themen. Es geht um praktische Tipps rund um den Immobilienkauf, den Kauf einer Eigentumswohnung, den Hausbau, den Hauskauf, die Wahl des richtigen Notars. Es geht um Zwangsversteigerung, es geht um das liebe Finanzamt. In diesen Wissensvideos erhalten Sie also viele Praxistipps aus über 25 Jahren Baufinanzierungserfahrung. Ich bin seit über 21 Jahren selbstständig und habe mal 4, 4,5 Jahre für eine große Deutsche Bank gearbeitet und kann Ihnen von daher jede Menge Praxistipps von hinter den Kulissen geben. Gut, lange geredet, jetzt geht's los. Mein Name ist Ralf Schütt und ich wünsche Ihnen jetzt bei diesen Videos viel Spaß. Das Ganze leicht erklärt, ohne Fachchinesisch und versprochen ohne juristischen Tiefgang. Das heißt leicht und einfach verständlich. Dies ist ein Mitschnitt aus einem Seminar zu dem folgenden Thema. Ja, das ist ja auch, das finde ich auch gut. Also nicht, dass Sie sich schwieriger vorgestellt haben. Ich finde es gut, dass Sie es jetzt einfacher finden, weil dann macht es Ihnen mehr Spaß. Also, dass Sie das nicht so viel justifiziert haben. Exakt. Genau. Und darum geht es mir. Das will ich eigentlich erreichen, dass die Leute wirklich keinen Schiss mehr davor haben, vor diesen großen Beträgen. Ja, weil letzten Endes, wenn Sie mal ausrechnen, das haben wir heute nicht gemacht, was Sie an Miete über 40, 50, 60 Jahre zahlen, dann kommen Sie auf ähnliche Beträge oder viel höhere. Und dann kann man manchmal diesen ersten Schritt überwinden und sagen, okay, vielleicht gibt es jemanden, der mich auch an die Hand nimmt und sagt, komm, so und so. Das war bei meinen Eltern. Mein Vater sagte, als ich mich in dem Bereich selbstständig machte, sagte, Mensch, dich hätten wir vor 20 Jahren gebraucht. Da habe ich gesagt, er hätte aber 20 Jahre früher loslegen müssen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich über jeden Kommentar und jede Frage, jede Anregung, alles, was Sie mir gerne mitteilen möchten und was Sie speziell interessiert, schreiben Sie mir einfach einen kurzen Kommentar mit Ihrer Frage einfach hier unten und ich beantworte das entweder direkt oder mit einem zukünftigen Video. Ganz vielen Dank und alles, alles Gute, Ihr Ralf Schiff. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020